Ja, Lichtgeschwindigkeit am 11. Juni ist hier ein schönes Spektakel. Rechts in dem Winkel zwischen dem angrenzenden Haus und dem Haus, an dem jetzt das Dach gemacht wird. Da steht jemand, der die Dachpfannen hergibt und wirft dem mit dem grünen Hemd oben die Pfanne zu. Die decken jetzt das Dach da ab. Sie machen das Dach stückweise auf, dann schließen sie es stückweise. Also der deckt die Pfannen ab und die reichen sie nach unten und die gehen hier über ein Förderband dann weg. Und genauso decken die auch das Dach, um nicht zu sagen, es geht wie das Katzen machen. Der eine jetzt da oben an dem Velux-Fenster. Ich selber kann ihn überhaupt nicht sehen, weil ich total von der Sonne geblendet bin. Aber die Kamera nimmt da was auf. Ja, das ist doch ein schöner Vorgang. Die Pfannen liegen auch halbwegs locker da drauf. Naja, es wird schon einen Grund haben, warum das neu gemacht wird. Das Dach. Es sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute an Deck. Okay, das ist hier im Vordergrund. Hier mein Elsternest in der Robinie. Und danke für's.